Hallo Nation, Jude Bellingham ist nach dem Match ausgeflippt, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt, zurück zum Thema, nach dem Aus gegen die Bayern, 2 zu 4 und dem Aus im DFB-Pokal gegen RB Leipzig, 0 zu 2. BVB-Youngster Jude Bellingham machte nach der Viertelfinal-Niederlage seinem Ärger Luft, nachdem die Niederlage des BVB im DFB-Pokal gegen RB Leipzig besiegelt war, flüchteten die Dortmunder Profis schnell in die Katakomben des Stadions, dort leistete sich Jude Bellingham einen kleinen Zusammenbruch. Laut Sport1 fluchte der Engländer auf dem Weg in die Umkleidekabine, immer der gleiche Scheiß. Schade. Wie oft spielen wir dieses Scheißspiel, bei Bellingham scheint sich viel Frust aufgebaut zu haben. Der 19-Jährige saß in Leipzig zunächst. Auf der Bank. Das hatte aber nichts mit seiner schwachen Leistung gegen die Bayern zu tun, wie Manager Edin Terzis vor dem Spiel deutlich machte, Jude hat in letzter Zeit viel gespielt. Heute beginnt die nächste Woche in England. Er hat sich keine 90 oder 120 Minuten mehr getraut. Aber wir sind froh, dass wir ihn von der Bank nehmen können, sagte der BVB-Trainer. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin solche Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.